Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play My Craft Part 7. Ja, ähm, ich habe da schon mal ein paar kleine Veränderungen gemacht. Und zwar, das Loch habe ich erstmal wieder repariert. Und ich habe auch noch, glaube ich, ein bisschen weitergebaut. Und... Mal schauen, wo finden wir Diamanten. Also ich weiß, dass da Kohle hängt. Da unten ganz viel Lava ist. Egal, ähm... Okay, ähm, ja, okay. Da unten ganz viel Lava ist. Da unten wird's. Da unten wird's. wir haben 64 Fackeln zuerst gucken so also wir haben 24 64 Haja, 64 Fackeln auf dem Hintergrund so jetzt brauchen wir einen Eisenstück Fackel schien die 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 das auch der Gleisenbarn ein bisschen heul das bin ich nie bereit hier sollten wir echt mal das Wasser mitmachen und 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 nun die Gans zu machen so, jetzt ist es auch so, wenn wir können die Platte machen Das ist alles da. Alter! Nein! Nicht Wasser überschwemmen! Ich brauche das Erd! Hallo! Okay, hier sind wir jetzt. Oh Gott! Ich sehe hier nur Lavaquellen aber keine Diamanten. Warum ist das hier? Überhaupt ist voll unnormal. Stimmt wegen schlechtes Internet. Razzle! Razzle! Ich sehe nur Lavaquellen. Ich sehe nur Lavaquellen. Ich sehe nur Lavaquellen. Okay, also... Was sehe ich hier? Was ist das? Ist das ein Traum, oder? Nee, Alter! Erstmal als Screenshot! Ich sehe hier... In den Schiff, da ich mehr... Alter Ok, die Diamanten. Die will ich mir jetzt! Diamanten! Yeah! Wie viele? Sechs Diamanten! Hier ist ganz schön viel Kohle. Oh, wie cool, wie im Bett gearbeitet! Yeah! So. Hier kommen wir jetzt also nicht mehr weiter. Zeigst du dir jetzt so. Das ist auch schon die Lagerstände, dann sind sie nur groß. So. Oh, ich frage dich jetzt! So, dann gehen wir jetzt hier. So, dann gehen wir Chicken. So, dann haben wir Glück. So, dann sagen wir restoring mal so viel zu geben, dass sich das mit cocktail sozusagen Eskatch zählt. und 18 19 19 21 Okay, wir haben jetzt 2 Gold, 16 Eisen und 6 Diamanten. Und deswegen, deswegen habe ich Holz mitgenommen. So, wir haben jetzt einen Schreinshot. Das ist ein Schreinshot. Ich geh mal im Link in der Videobeschreibung. Stimmt. Und Facebook. Also, kunde ich mir eine freundsam freistegen. Ich glaube auch, dass wir langsam mal wieder zurückgehen. Aber ich glaube, ich habe zu extrem doll verkanntes Internet. Welche Höhe sind wir gerade eigentlich? Äh, Screenshot, okay. Äh, okay, 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 okay. 12. 12. Okay, 11. Okay, das ist die Amatik. Wir sind in der siebten Folge und haben ein... äh... Wir sind in der siebten Folge und haben die Amanten. Okay, das ist gut. Okay. 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 Das war's von einem neuen Verfreulich. Bis zum nächsten Video.